Willkommen YouTube-Fanboy. Hier weiter geht es mit Minecraft. Wir sind immer noch in der Festung und wir suchen auch immer noch Blazewords. Und mit dabei ist immer noch... Xerz.Xer, ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. So, da habe ich die Kiste jetzt schon angefasst, ja. Au, es knuspert da über mir. Das klang sehr gut nach Blazy Rosy. Die, äh, Tin... Empty Void Tear. Goldensword, was, was mache ich da? Ah, das ist wieder Reliquia, ey. Ein Sattel ist hier drin, ein Sattel nehme ich einfach mal mit. Ja, wieder Ponyraten. Denn wir sind Pony... Denn wir sind... Supreme und fair. Wir reiten, du spinnst. Weil wir Freunde sind. Oder wie auch immer das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber natürlich Bibi und Tina, falls das jemand kennt. Und ich sage das auch nur, falls ich das sagen muss. Nicht, dass ich hier jetzt noch Probleme bekomme. Auch wegen den neuen Gesetze, Leute. Nee, allgemein. Wegen der GEMA. Ach so. Wegen der GEMA meine ich. Nicht, dass die mir jetzt irgendwie Diebstahl das Dienste anhängen wollen oder so, weißt du? Keine Ahnung. Gibt ja alles. Sollst ja alle diemen. Na toll, Blaze. Du musst mal hier mitkommen, Blaze. Da kann ich dich nicht töten. Wenn du da stirbst, dann krieg ich das ganze Zeug nicht. Aber ich will schon mal, dass hier Blazes sind. Und dass ich die erreichen kann. Aber wie erreiche ich die? Okay, hier sind Spawner. So nicht. Ja, hier müsste ein Spawner sein von Blazes. Ja, hier müsste ein Spawner sein von Blazes. Ja. Echt nicht. Das sagt überhaupt nichts, man. Wie bitte? Das sagt mir überhaupt nichts, man. Echt nicht. Das ist eigentlich ein ganz cooler Film. Aber nur der erste Teil. Der hat mich richtig gecatcht, man. Obwohl der schon ewig alt ist. Der hat mich richtig gefesselt. Ich war so richtig so, oh geil, Alter. Richtig geflasht war ich, man. Der war schon ewig nicht mehr. Aber der Film hat's geschafft. Kann ich nicht mehr drin. Nee. Okay, auf einmal sind die über Blazes gespawnt. Dabei ist natürlich kein Problem für den Großmeister der Schwerkkunst in Minecraft. So, ich habe jetzt drei Blazeroads. Sehr schön. Sehr schön. Wofür brauchte ich denn noch mal Eier für die Quantum Crowley? Echt, bin ich jetzt extra, weil ich eine Quantum Crowley hier bauen wollte? Jetzt hab ich hier schon hergelaufen, Leute. Warum habt ihr das zugelassen? Warum hab ich doch jetzt noch nicht? Naja. Da war wieder einer zu gierig. Ja, irgendwie voll sinnlos, dass ich da jetzt hier gelaufen bin schon. Naja, was ist egal. So, meine ganzen Echse sind kaputt, also geh jetzt mal nach Hause mit dem Holz. Vielleicht reicht das ja aus. Das reicht bestimmt. Ich will endlich mal mit dem Dach anfangen, weil das kann da wohl nicht zu fassend sein hier. Mit dem Dach? Wollen wir jetzt mit dem Dach anfangen? Ähm, weil langsam nervig wird hier, das andere vom Haus zu machen. Kann ich mir vorstellen. Oh, nein, hier ist ein Usa Skeleton. Was ist denn? Mach ihn alle. Hau ihn in den Kopf weg, ja. Okay, ich hab ihn, hab ihn eine verpasst. Hab aber nur Usa das bekommen. Sag du, Buschkind. Kein, kein Stern oder was, die Droppen? Nee, die Droppen, ich brauch drei Köpfe von dem, für den Usa. Also, es war ja nur ein Usa Skelett, kein Usa. Ach so. Man baut ja aus drei Köpfen von dem Usa. Das, äh, von Usa Skeleton, den Usa. Ach so. War das gewählt nur Knickdappeln? Genau. Nee, nee, leider nicht. So, ich hab ihn, Blaze Spawner. Falls du die mal findest, in der Hölle, nicht abbauen. Die sind super wichtig. Okay. Weil da fahrt man sich halt ganz schnell Blaze Roads zusammen, die man sehr häufig, ja, die braucht man einfach sehr häufig. Äh, bis ich zur Wüste gehe dautet sowieso noch ein bisschen. Die sind in der Hölle, nicht in der Wüste. Ach, Quatsch, ja, Hölle mein Dicke. Ja, Hölle, Hölle, Hölle. Fast die gleiche, ne? Ich seh' keine Wüste und sag' schon Wüste. Echt? So, können wir hier runter? Sehr schön. Aber... Es genannt, Buschmensch. Ach, Pikmin, nicht Buschmensch. Sag' nochmal. Du haust hier Sachen raus, hier, weil das jetzt so nicht zu fassen. Warte, hab ich denn jetzt schon wieder gesagt. Na, Buschmensch hast du hier raus? Nein, nein, das war ich nicht. Nee, auf keinen Fall, also. Das war ich nicht. Ich glaub' das warst du. Ja, das war ich denn wieder natürlich, ne? War das nicht Ständnis? Das war's für die Ständnis und war eine netherkastische Aussage. Hm, das Gericht entscheidet, dass das ein Beständnis war. Du bist hier kein Gericht, du hast was gemeint. Hallo, hallo, hallo. Man muss hier nicht gleich persönlich werden. Ach so, wirklich. So, nochmal ein bisschen netherquartz abbauen. So, schön quarzi, quarzi, quarzi. So, zack. Und zack. Oh, ich hab' jeder mehr Quartz. So. So. So, ich kaufe mein Holzbauer. Hat jetzt gleich ein Ende genommen mit dem gleichen Holz. Das ist ja nicht aushaltbar. Das wird schon ein Ende nehmen jetzt, ja. So, hopp. Also, über einen Stack hatte ich, aber ich weiß nicht wie viel drüber. Ach so. Wahrscheinlich nicht alles so viel. Aber es könnte reichen, ist ja noch in der Reihe. Vielleicht reicht es. Ja, mal gucken. Du wirst das in erster Hand erfahren. Hm. Oh, irgendwas ist grad diskonetet. Hörst du mich noch?